Sieht das nicht schlimm aus? Das ist eine Kühlschranktür und wir sind ganz, ganz stolz auf uns, denn diese Tür hatte einen Putzverbot. Nur für euch, ihr Lieben, damit ich euch zeigen kann, was dieses Proven Hochglanz Zaubertuch alleine ohne Reinigungsmittel schafft. Ohne Reinigungsmittel bedeutet, ich habe das Tuch einfach nur feucht gemacht, gut ausgewirrungen und gehe sanft mit der beschrifteten Seite über die Oberfläche und schaut selbst, es bleiben keine Streifen, es bleiben auch keine Abdrücke, alles ist weg und es ist wunderschön sauber. Wenn ihr eine Grundreinigung machen möchtet, dann ist Soft Clean ein richtig toller Reiniger für alles, was glänzen soll. Einfach mit Wasser anmischen, draufsprühen, einwirken lassen und dann mit dem Hochglanz Zauber drüber wischen. Auch hier merkt ihr, dass da einfach keine Streifen bleiben, alles ist wunderbar gelöst und ja, sehr schön ansehnlich. Wenn es trocken ist, bleibt nichts mehr, versprochen. Einen kleinen Tipp hänge ich noch mit dran und zwar für diejenigen, die Gelenkschmerzen haben beim Putzen oder grundsätzlich Schwierigkeiten haben mit den Gelenken, ein bisschen auch Grip vielleicht benötigen, ist hier der Provence Speedy eine Rettung. Einfach das Tuch drüber, man hat einen schönen Halt und drüber wischen und fertig.